Hallo. Hi, Marecke. Training heute. Ich habe mir ein kleines Workout ausgedacht, was wir machen. Ich zeige euch das mal, wie das aussieht. Wir machen insgesamt 900 Wiederholungen. Ach du Scheiße. Mir klappt der Bus die Kinnlade runter und... Boah, machbar. Bis morgen vielleicht. Also nicht in einer Stunde. Und weil ihr euch schon so schön aufgereiht hat, als hättet ihr es gewusst, machen wir... Männer gegen Männer. Männer gegen Frauen, ganz genau. Wie stark sind denn die Frauen im Vergleich zu den Männern? Weil wir haben drei Frauen, drei Männer. Und ich glaube den Männern ist nicht bewusst, wie stark die Frauen wirklich sind. Los geht's! Es muss schneller gehen, Anna. Jungs und Mädchen. Wir haben eine Chance. Richtig. Aber gut hart. Keiner ist hier in unserem Team zu unterschätzen. Werden die Mädels noch die Jungs? Wir geben alles, die Jungs zu schlagen. Halt! Vier! 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 Na klar wollen wir gewinnen. Wir wollen immer gewinnen. Vierzehn! 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 Wie viel habt ihr insgesamt? Kopfrechnen ist angesagt. Wie viel? Bleibt in Bewegung. Zweiund14. Ok. Zweiundziehn? Auch eine allergische Reaktion am Auge hält Umut nicht von seinem Workout ab. Mädels, was ist los? Wie lange braucht ihr noch? Wie viel habt ihr? 280? 20 Stück noch. Die gehen jetzt in die Sit-Ups. Ja, Runde 1. Wir waren fertig und die Mädels hingen da ein bisschen hinterher. Wie sehen Sie denn? 10. Genau, ganz nach hinten. Nein, der zählt nicht. Ball berührt hinten den Boden. Man sieht ja auch immer wieder, wie Larifari oder wie schnell sie dann auf einmal einfach mal nicht macht, kurz mitmachen, wenn Mareike wegguckt. Und da habe ich gedacht, so, jetzt können wir denen das mal zeigen, dass die kleinen Püppis auch was können. 3. Genau. Beine angewinkelt lassen beim Ali hier. Komm, konzentriert euch. Hey, konzentrieren. Stopp. Beine anwinkeln. Zack, zack. Und jetzt ganze Bewegung. Genau. Mir ist besonders aufgefallen, dass die Männer einen ganz anderen Kampfgeist haben als die Frauen. Die sind laut und beißen sich mehr durch. 12. 13. Komm, schon aufsit. Und die Frauen sind ruhiger, organisierter. 20. Fertig. Komm schon aufsit. Okay, dann kommen jetzt die Air-Squats. Genau, das will ich sehen, Anna. Du kämpfst. Komm. Die letzten Wiederholungen. Einer noch. Komm. Und direkt aufstehen in die Go-Go-Squats. Komm. Hängen sie uns dann nach Runde 2 ganz schön dicht auf den Fersen. Hab ja gesagt. Die unterschätzen die Mädels. Nee, Squats ist nicht so mein Ding. Wir sind die Königin in dem Kniebeugen machen. Jungs, die Mädels sind dabei. Die holen auf. Ja, und dann haben uns halt die Mädels da überholt. Drei. Komm, push den. Zwei. Die letzten. Eins. Und noch eins. Juhu. Ja, auf jeden Fall. Wir sind gar nicht so schwach, wie wir aussehen. Fünf Stück noch. Come on. Tiefen. Yes. Und in die nächste Übung. Hammergeil. Das pusht uns gerade. Vor allem, wir brauchen das, immer wieder gepusht zu werden, um zu wissen, was in uns steckt. Wie viele haben wir? 30. 30. Okay. 40. Ihr könnt das Ruder noch umreißen, Jungs. Jungs. Sechs. Sechs. Wie viele müsst ihr noch? Elf. Sieben. 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 Zehn. Okay. Stopp. Habt ihr gut gemacht. Ja, klar finde ich es gut, dass wir Jungs gewonnen haben. Das war unsere Ehre, unser Ego, was wir verteidigen mussten. Ich denke, sie waren noch ein bisschen entsetzt darüber, dass wir ihnen doch so nah gekommen sind und teilweise auch sogar geführt haben. Acht Stück haben uns gefehlt. Ja. Dass die zwei Gruppen doch so knapp voneinander entfernt waren, freut mich sehr. Die Mädels kriegen eine Motivation und denken, hey, wir stehen denen nichts nach. Und die Jungs merken, oh, die Mädels haben doch ganz schön viel was drauf. Es tut beiden Geschlechtern sehr, sehr gut. Wir sind als Team stark, aber letzten Endes setzt sich ein Einziger am Ende durch. Und deswegen heißt es wirklich, auch manchmal muss man vielleicht gegen seine eigenen Teamleute antreten. Und die haben jeder Einzelne das Potenzial, the biggest loser 2016 zu werden. Und das habt ihr hier gerade wirklich bewiesen. Tolle Leistung. Schön, Sina. Also ich denke jeden Tag darüber nach, wer von uns biggest loser wird oder wer es werden könnte. Bei jeder Entscheidung macht man sich seine Gedanken, was vielleicht jetzt taktisch ist, was vielleicht für einen selber besser ist. Aber natürlich, wir spielen im Moment hier noch im Team. Und da muss man dann beides immer im Blick haben. Ein, zwei, drei, viel vergisst!